Tagchen, Tagchen, liebe Leute, äh, Tool on Wolfs, ach ne, Schleichbarung ist nicht erlaubt, keine Krankmeldung, B.O.T. Was hast du denn hier gemacht? Ich hab rumgewurzt, tut mir leid. Was hast denn du gemacht? Was hast du denn hier gemacht, Mann? Ich kann das erklären. Hm, der ist euer. Ich hab da hinten einen Zombie. Aber ich brauch zwei. Und du musst betrunken sein, so. Ich muss betrunken sein. Oh. Erste Mai, ja? Und... Jus. Warte mal, ich hab ihn nicht... Ich hab ihn jetzt... Ich hab ihn jetzt betrunken, oder nicht? Keine Ahnung. Aber schön, dass du ihn mitbringst. Ich hab zwei Bier. Nee, zwei In-Grain Alkohol drin. Zählt nicht. Ich brauch noch ein Bier. Oder irgendwas. Hier hast du noch ein Bier, komm. Gib mir ein Alkohol. Gib mir Alkohol. Der wird nicht aggressiv, hast du gesagt, Minyas. Nimm ihn mit, hast du gesagt. Den können wir brauchen, haben sie gesagt. Also das Geheimnis des Markers auf der Map haben wir aufgeklärt. Erstmal ist es ein Zeltlager. Aber warum ist das Zeltlager markiert? Als wir das Let's Play gewonnen haben... Gewonnen haben. Gewonnen haben. Als wir das gewonnen haben. Als wir das durchgespielt haben. Ist nicht dein Ernst, oder? Wann? Game Over? Lass doch mal bitte die Zombies leben. Ich dachte, dein Dings wäre schon... Nee, ich muss jetzt... Geh zum Zeltlager. Das spawnen sie. Das spawnen sie. Kannst du jetzt mal zu Ende erzählen? Ja, das ist ja nütz. Ja, ja. Als Wodan gestorben ist. Das war ganz am Anfang des Let's Plays. Hat er auf dem Weg, beim Zurücklaufen... Hat er verschiedene Sachen markiert. Unter anderem der Zeltlager. Ich treffe die Alte nicht. Noch einmal. Ach so. Noch einmal. Ich höre sie so gern. Komm schon. Zwei Minuten hab ich noch. Zwei Minuten. Da, da ist wieder einer gespawnt. Links. Zeltlager. Ja, ich seh'n. Muss aber den Einen erstmal kriegen. Er ist schon tot. Wenn du nicht mit der Situation fertig wirst, sag Bescheid. Da braucht schon Fleisch. So, ich rein jetzt Richtung Zeltlager. Oh mein, nein. Warum nicht? Weißt du, hier ist noch einer. Da ist einer. Wieso? Ich bin betrunken. Das kann ich nur bestätigen. Fistfight. Ich muss Fistfighten. Fistfighten. Ja, genau. So siehst du aus. Nicht jetzt? Heinzhaft? Ja. Sollst du den Zombie fisten? Hier, fiste ihn. Ist doch schon ein bisschen dringlich. Also, T-backen verstehe ich ja noch, aber fisten. Brügel zusammen. Hat er verdient. Schlag zusammen. Los. Der liegt jetzt 20 doll auf den Zombie. Da 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 da. Ey, ist nicht dein Ernst, Bruder. Da da da. Warum? Hast du das getan jetzt grad? Weil ihr im Bedrängnis wart. Nee, weil ich muss ihn doch töten, Mann. Dann verbrügel halt den Großen. Wir sind echt gegen mich, oder was? Seid ihr mich? Hinter dir, Mann. Den Nächsten lassen wir für dich. Den will ich nicht, den Großen. Den will ich nicht, weißt du? Du weißt auch nicht. Eine Minute. Knochen brauchen. Wer hat dein Licht an? Ich hab ein Spinnflicht dabei. Hab ich immer auf Tasche. Jetzt mal Sonnen drin anziehen. Ja! Gib mir mehr! Hier, hast du ein Spinn. Ist das wärmer? Ja. Mehr her. Ich hab noch eine Minute und. Ja. Legt. Dann krieg mehr. Guck mal die Funzel aus. Das ist ja... Boah, ich war echt gemein von dir. Ist dir das bewusst? Nein! Das sah so aus, als wenn du im Bedrängnis bist, Mann. Natürlich war ich im Bedrängnis. Ich kämpfe mit der Faust gegen den Scheiß. Aber mit der Faust? Wer nimmt denn so eine Challenge an? Icke. Bist du lebensmöglich? Ja! Ich brauch mehr Tombys. Macht mal Lärm! Okay, warte. Pistole raus. Drei Schuss hab ich. Drei Schüsse in der Luft. Bing, bing, bing. Doch ein bisschen mehr. Mann. Jetzt fehlt kein Tombys. Komm, noch 40 Sekunden. Was sind denn die, die man die braucht? Nicht dein Ernst jetzt. Das machen die. Wollen wir gleich schon mal. Abgedriftet. Vielleicht spawnen die Neuen nochmal ein Zeltlager. Komm mal ein bisschen raus. Na klar. Hier ist einer bei mir. Ne, das ist der alte. Das ist der alte. Ja, der steht gleich nach oben. Oh, ich hab Potassium. Boah, 17 Sekunden. Na toll. Kriegt die Optional-Time nicht. Ich hab irgendwas Toll gefunden gerade. Boah, wo dann ist die Bewusstheit, ich das angreifen werde. Boah, komm jetzt. Minas darf das. Ist aber wahr. Nee. Mir ist das auch nicht. Der hat's ja verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Weißt du, wenn er tot wäre, ihr Idioten, hätte mir mal helfen können. Nee. Jetzt nicht. Tot bin. Nur ein toter Fleischhammer, ein guter Fleischhammer. Denn er hätte kämpft. Oh, ist ein Haus bei mir. Optional-Time failed. Hass euch. Ne, ich hatte nur Wohlan. Ach, damit komm ich klar. Wie lange bin ich denn jetzt überhaupt betrunken? Was ist überhaupt anders, wenn ich betrunken bin? Mach mir Spaß. Ich mein, würdest du nicht besoffen, ein Zombie mit den Fäusten niederboxen? Merkste was? Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, ja. Ja, super. Drei Schüsse in die Luft. Ich kenn's keinen, Tommy, ne? Wollen wir im Schnee weiterlaufen, macht nicht viel Sinn, finde ich, oder? Äh, ja. Ich würd gern noch das Haus hier unten looten, das liegt am Wegesrand. Du bist gelb oder blau bei mir? Wir haben im 1942, wir müssen doch irgendwann nochmal zurückkommen. Das ist mir der schmale Grat. Bei mir ist eine Hütte. Habt ihr noch ein paar Nester, die er looten können? Ich hab hier 46 Federn, wenn du... Es gibt übrigens einen Spaß, gell, Tag 14 in der Nacht, ohne richtige Waffen. Ja, deswegen die Federn looten noch. Es geht halt nicht anders. Habt ihr eine Zettel eigentlich komplette Loote? Ja. Nö, also, äh, nur Zombie, äh. Und die Stirnfleischi, ne? Stand so ein Vertrag, also. So, wo war die, wo war die, die Bucks unter der Metallblatter? Hier war ein Huhn. Ich muss das Huhn. Da. Ein Pistol Grip mit 208. Äh, Pistol Grip 208 ist nicht so übel. Neh mich mal mit. Scrap. Kerze ist mir wurscht. Hier ist, glaub ich, nix drunter. Ne. So dann. Glaub mir zurück. Mir ist kalt. So kalt. So kalt. Du hast nen Keller. Ich hab nen Keller. Ich hab nen Keller. What the fuck. Hm. Was wird da so gelagert? Leichen? Ja. Richtig. Wenn ihr mich nervt, ihr. Sag mal, das Beihäuser zieht einem gar nicht mehr so schnell die Dings ab, ne? Die Hose aus, ja. Find ich auch. Ne. Achso. Sag mal, was hab ich denn für... Ich hab ja überhaupt keine Haare. Was hast du? Tja. Das war glaub ich nicht nur Alkohol. Was sind mit deinen Dreads passiert? Ja, die sind mir ausgefallen. Wie scheint. Warst du wieder im radioaktiven Gebiet, ohne ne Pille vorher zu nehmen? Oder warst du wieder nicht im radioaktiven Gebiet? Siehst. Oder hast du dir den Zombie-Tripper eingefangen, als du mit der alten da rumgemacht das letzte Mal? Mit nem Pist-Fight? Pist-Fight? Ja, boah. Das wird richtig gemein. Wie ist denn los? Hallo, was war denn da jetzt falsch? Hast du schon 22 Uhr? Da kann man das doch mal sagen. Dein Tipti ist jetzt ganz leise geworden. Das tut mir auch ein bisschen leid. Alles gut. Ich glaub, wir schaffen zum Blutboot nicht rechtzeitig nach Hause. Kann das sein? Hast du Alkohol für mich dabei, Checky? Ne, den brauch ich. Den brauch ich. Du wolltest den Pegel halten. Ne, ich muss nach Hause rennen. Ich hab Beihäuserat. Ja, dann geh da mal nach Hause. Wenn da die feststellt, dass Beihäuser nicht mehr so viel abziehen. Das ist eine gute Idee. Wenn die Horde kommt, solltest du dich einfach mal unten reinstellen. Fist-Fight-John. Eigentlich wär auch geil, wenn das Hochskill ist. So ein Skill, ja? Fist-Fight-John. Dass sie alle mit der Faust weg boxen. Genau. Rocky. Nennen wir den Skill Rocky. Rocky. Ja, geil. Rocky Balboa. Weitere. Oder Mohammed. Bienen-Stiche, kleine Bienen-Stiche. Stirch dir noch auf. Stich Jenner. so ein Stechst wie eine Wespa. Eistri ein' Schmetterlinge. Gust. Ja, renn. Guck nicht nach hinten. Rennen hier infinitum. Wenn ich schreie, renn. rechtzeitig. Ich hab keine Ausdauer. Geht der ständig weg. Der ist doch schlimm da vorne. Komm. Ja. Einfach nur rennen. Schieb mich an. Mach wie ich. Einfach laufen. Da kommt der Zombie. Setz die Segel. Na los, komm her. Da vorne ist es. Oh, bitte lass mich rechtzeitig da hochkommen. Wenn die jetzt anfangen zu rennen. Oh Gott, 17. Kennt ihr nichts? Macht echt einen Fistfight, ne? Das ist ein Fleischhammer. So bekloppt. Der Tisch steht da und freut sich, dass er ein Zombie schafft ist. Ja. Fistfight. Das ist das Challenge von Biest. Mach hin. Fleischhi, mach hin. Hi Leute. Tschüssi. Oh, die sind schneller. Ja. Lass den nicht am liebsten. Weiter, Mann. Weiter, Lauf. Renn, renn. Ja, ich renn ja doch. Ich renn doch, Mann. Ich bin schon drin. Boah, jetzt sind wir gut. Oh, das hört sich nicht gut an. Ah, ja. Aber das ist noch nicht die Horde. Ich bin noch nicht hunted. Ich habe 20 Pfeile. Das ist super für die Horde. Das ist schon. Hier, warte. Ich gebe dir die Hälfte. Ja, Mann, ich mach gerade nach Hause. Hier. 56. Danke. Lass dich in die Spitzen rennen. Lass dich in die Spitzen rennen. Sollen wir nicht runter gehen? Weil wir können doch durch die Gitter schießen. Ja, aber wenn die Spucker da rein spucken... Ja, die Spucken wird doch eher nach oben, oder? Meine Fresse. Wir können doch im Keller verkriechen, aber... Das bringt auch nicht so viel. Wie sie da reinfallen und einfach zerplatten. Ja, schön. Ich mag das. Hey! Oh, der kommt! Wie kommt der hier rüber? Das gute Holz, Mann! Wie kommt der hier rüber? Weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung, wie ein Holz mit der Axt tot. Wie ist er hochgepackt? Ist er hochgepackt? Ist er hochgepackt? Wie ist der hier hochgekommen? Der ist drübergepackt. Der ist drüber gesprungen. Ich bin eine Zweifache. Ich glaube, die wollten zusammen da drüber. Und deswegen, er hat das geschafft, ähm... Auf den anderen zu latschen. Wir haben sozusagen eine Brücke gebaut. Wir müssen hier unbedingt eine Leuchte hinstellen. Also, ich habe es gesehen. Der eine hat ihn rübergeworfen. Hat der Räuber leider gemacht. Du schaffst das, komm jetzt! Das war's. Ah, nee. Ja, aber ich bin nicht mehr sein, das ist nicht die Horde. Oh, die hat es wieder geschafft! Wie macht die das? Die war aber vorher schon so komisch. Guck mal, die rennen so. Die werden sie. Die laufen an der Seite hoch. Die laufen an ihren eigenen... Nee, wir müssen da diese... ...dreiecke hinmachen. Die können nicht an der Seite hochlaufen. Die ist an der Seite hoch, ich sag's dir. Nee, die ist ja Freibach. Ja, ist schon richtig. Die Torch ist es. Nee, die Torch ist es nicht. Das kann sein, ja. Es ist nicht die Torch, die ist die Rampe... ...die ist die Rampe an der linken Seite gelauschen. Kann jemand mal die Torch wegnehmen? Ich komm nicht ran. Ach doch, wieder? Die Rampe an der linken Seite hoch. Die macht so'n Dolphin-Jump, ne? Die hat sich so... Duck-Jump. Guck dir mal den Scheiß da unten an. Krass. Da drüben liegt jetzt ne Leiche. Dann werden sie nur langsam. Oh, hast du gesehen? Das ist schon fast wieder entgegenkommen. Mama, mach ihn. Die kriegen vom Jene, wenn die hier kommen. Ja, die kriegen vom Jene. Alter, was da unten liegt? Hunde! Das sieht gut aus. Komm mit Hund. Wenn du morgen unbedingt neue, neue Ding setzen. Na komm hoch, komm. Die sind gar keine mehr, verdammt. Was hat denn dein Knüppel für nen Wert, Jackie? 247. Komm her. Ich mach dir was. Ich mach dir was. Nee, ich mach dir was besser. Spar dir dein Geld. Spar... Mein Geld, was hast du denn? Was kannst du machen? Warte, warte, warte. Kommt. Wo ist er denn? Craft. Hier nehmen wir die Patronenhülsen. Sehr gerne. Am Boden liegen. Und hier ein 365er lege ich jetzt hin. Oh, nice. Du kannst ja ein anderes Scrappen. Die ist quasi weg. Nice, nice, nice. Work, du gut. Ach, diese Nachzüge. Guck sie dir an. Spar dir die Pfeile. Santibidi. Lass sie durch. Lass sie laufen, Santibidi. Lass sie langsam. Lass die Dornen in die Brust. Guck mal wie das hier unten aussieht. Pfff. Stimmt aus, ja. Alter Vater. Ich hatte ja schon mal einen Screenshot mit ähm... Hatten wir schon mal. Das ist jetzt meiner jetzt hier. Kann man den schluten? Leider ist es noch ein bisschen... Krass. Warte mal, ich bin mal den... Das ist glaub... Wie ruhig es ist. Ja. Ich krieg doch gleich auf den Sack. Ich weiss doch, dass ich... Hinter dir ist irgendwas, ja. Hinter dir kommt auch einer. Echt? Ja. Okay, den könnt ihr mal kurz anwerfen hier. Willst du noch mal nachfragen? Darf ich den jetzt töten? Oh, ich hab was den Biohazard gefunden. Ist so gut. Was ist denn... Wir haben Blutmord... Oh, sie... Der ist schon mehr so tief... Der ist ganz schön tiefrot. Der war doch früher so orange. Ja, stimmt. War ein bisschen heller als sonst, ne? Ja. Früher war der nicht so tief orange. Ach, der ist so tief orange. Deine Mutter ist tief orange. Rot. Immer Ja sagen und nicken. Wie lang bleiben dann bitte die Zombies liegen? Ich glaub, die musst du jetzt auch öfter wegräumen, ne? Ich krieg jetzt gar nicht drüber nachdenken, weil die... Kannst du alle noch ein bisschen looten hier. Ah, kannst du überall reinschneiden hier. Ja, ich bin... Hier ist Essen drin, aber ich komm nicht dran, weil meine Taschen voll sind. Hast du, hast du noch Platz? Ne, dir ist aufgeplatzt. Hast du noch Platz? Die ist aufgeplatzt. Was denn? Hört sich schwierig an. Ich mach mal ein paar Instanzen. Ich hab jetzt auch ein bisschen Arsch aufgerissen, oder wie willst du das meinen? Ja. Kommt doch wieder! Na los, trau dich! Ne, wenn die kaputt gehen, dann machen die so ein Schlaggeräusch. Ah, jetzt hab ich's gehört. Hier ist 21 Kapitel, aber da ist auch kein Platz mehr. Was ist denn hier? Da wo ich stand, da wo ich stand, ist hier. Ja. Es wär cooler, wenn einer aufpassen würde. Hast du Angst? Jo. Definitiv. Definitiv. Wenn der nicht will möchte. Was ist denn mit dem hier? Der hat noch gelebt. Ach cool. Echt? Er zuckt ja noch so. Sind das die Nerven? Irgendwie verletzt er sich noch. Das sind die Scheiße wegräumen hier. Die bleiben echt schön lang liegen, finde ich gut. Ja, bis man sie erlutet hat und dann... Ja, sehr gut. Das ist meine Sankt ja. Definitiv. Ich müsste nicht immer zweimal zuschlagen. Ja. Das ist ein Geräusch, ey. Gang 3, bitte. Aufwischen, ja. Ich hab was fallen lassen. Na ja. 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 Ich geh auch. Geh mal hoch gucken. Ich geh guck'n. Tschüss. Ich geh guck'n. Tschüss. So. Gunpowder. Smitting muss nämlich hier. Gunsmithing muss hoch bei 5V. Oh, so'n Schmelzofen Zombies verbrennen. Ja. So'n Flammenwerfer müssen wir dazu craften können, oder? Erleg' mal'n Zombie nach, mir wird kalt. Schön. Ah, man kann die von oben gut zerschlagen. Ah, geht das? Ist gut. Ja. Man kann sich auf die Gitter erstellen, dann kommst du gut ran. Er hat noch Fest dabei gehabt. Und wir schießen in den Block. Die Stalaxe ist so gut, da musst du echt aufpassen. Dann machst du mal so'n aufgewerteten Block, machst du mal ganz schnell weg. Ja. Krass. So. Und wir machen das. So. Nein, nein. Nein. Schnitzel, Schnitzel. Ich geh' mir grad'n kleinen Ohrbohm. Hm? Drei Schüsse in die Luft. Nein. 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 So. Das ist echt, also, ich hab' jetzt so'n Quatsch im Ohr. Jackie, sachet ab. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass wir wieder 90 Minuten Zeit haben und diese Zeit für uns verballert haben. Wir sagen Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.